Dieses Gesetz ist das Papier nicht wert. Sie hätten besser ein Jahressteuergesetz gemacht. Auch da sind Sie eine Regierung, die es zum ersten Mal schafft, im Jahr 2023 kein Jahressteuergesetz für die Bürgerinnen und Bürger und unsere Betriebe vorzulegen. Sie sollten sich schämen, Herr Schrodi, was Sie hier eben gesagt haben.